In diesem Video zeige ich euch einen weiteren Aspekt der Objektorientierung in JavaScript und stelle euch die Methoden vor, mit der Arrays verändert werden können. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, dass wenn man Strings vergleicht, die denselben Inhalt haben, dass da true herauskommt. Aber wenn man dasselbe mit Arrays macht, kommt false heraus. Öffnet die Konsole in eurem Browser, um das selbst auszuprobieren, denn das Ganze geht sogar noch weiter. Wenn ich eine Variable a schreibe und die auf eine leere Funktion setze und eine Variable b erstelle, die ebenfalls eine leere Funktion ist, dann sind a und b jetzt gleich. Aber wenn ich a und b miteinander vergleiche, kommt false heraus. Das Ganze übrigens auch, selbst wenn ich nur zwei Gleichheitszeichen verwende. Und wenn ich a auf 5 setze und b auf a und anschließend a um 1 erhöhe, dann ist a 6 und b ist 5. Wenn ich aber a auf ein Array mit dem Wert 5 setze und dann direkt dasselbe mache, ich setze b wieder auf a und erhöhe dann die 5 in dem Array um 1, dann ist a ein Array mit dem Inhalt 6 und b ebenfalls. Was geht hier vor sich? Man muss wissen, dass es bei den Datentypen in JavaScript zwei verschiedene Arten der Speicherung gibt. Es gibt die primitiven Datentypen und es gibt die Datentypen per Referenz. Im Englischen Primitive Types und Reference Types. Wenn ich zum Beispiel eine Variable a anlege und die auf true setze, dann muss die natürlich irgendwo im Computer im Speicher abgebildet werden. Und das funktioniert so, dass der Name der Variablen, der Typ der Variablen, in dem Fall boolean, und der Wert der Variablen gespeichert werden. Wenn ich jetzt eine Variable b erstelle und die auf a setze, dann wird die Variable b erstellt und der Wert von a kopiert. Wenn ich dann anschließend a auf einen anderen Wert setze, zum Beispiel hier auf false, dann wird a verändert, aber b bleibt unbeeinflusst davon. Anders ist das, wenn wir ein Array erstellen. Dann werden nämlich im Speicher zwei Dinge angelegt. Das Array und die Variable, die bloß auf das Array zeigt. Die Variable selbst beinhaltet das Array also nicht. Die Variable beinhaltet bloß eine Referenz auf das Array im Speicher. Wenn ich jetzt eine Variable b erstelle und die auf a setze, dann wird bloß die Referenz kopiert, nicht das Array. Und dadurch kommt es, dass wenn ich ein Element im Array verändere, das sowohl bei a als auch bei b Auswirkungen hat. Dadurch nämlich, dass nicht das Array kopiert wurde, als ich hier b gleich a gesetzt habe, sondern beide Variablen auf ein und dasselbe Array zeigen. Und dadurch erklärt sich auch das andere. Wenn wir eine Variable a anlegen, die wir auf ein Array mit dem Inhalt fu setzen, dann wird ein Array erstellt und eine Variable und die Variable referenziert wieder bloß das Array. Wenn wir jetzt eine Variable b erstellen und die ebenfalls auf ein Array setzen mit dem Inhalt fu, aber nicht b gleich a sagen, sondern b gleich ein neues Array mit dem Inhalt fu, dann wird halt eben auch ein neues Array angelegt, das von b referenziert wird. Und wenn wir dann a mit b vergleichen, wird die Referenz von a mit der Referenz von b verglichen. Und diese Referenzen sind natürlich unterschiedlich und deswegen kommt bei diesem Vergleich false raus. Und das erklärt das, was wir gerade in der Konsole erlebt haben. Die Sache, warum das mit der Objektorientierung in JavaScript zu tun hat, ist, weil das bei allen Objekten in JavaScript so ist. Das sollte man wissen bzw. einmal verstanden haben, damit man sich nicht wundert, wenn man sowas hat wie a gleich b und das falsch ist, obwohl a und b ja eigentlich gleich sind. Das sollte ich euch einmal vorgestellt haben, jetzt möchte ich euch noch die verschiedenen Funktionen zeigen, mit denen man Arrays verändern kann. Im vorletzten Video habe ich euch das ja schon gezeigt, dass es diese Push-Methode und die Join-Methode gibt, aber es gibt noch viele weitere nützliche Methoden und ich möchte euch die wichtigsten davon jetzt vorstellen. Machen wir uns wieder mal ein Array und diesmal nutzen wir unsere Kenntnisse von dem vorletzten Video und machen das einfach mit der Split-Funktion. Das geht viel einfacher. Ich hatte euch bereits vorgestellt, dass es die Push-Methode gibt. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine Zahl an dieses Array dran pushen. Was ihr noch nicht gewusst habt, ist, dass es auch die Pop-Methode gibt. Die Pop-Methode poppt das letzte Element vom Array ab und gibt es zurück und ist somit genau das Gegenteil von der Push-Methode, denn die pusht ein Element hinten an das Array dran. Wenn wir uns das Array jetzt also angucken, ist die 1 nicht mehr da drin, weil wir es abgepoppt haben. Wir können das Array auch umdrehen mit der Methode reverse. Probieren wir das mal. r.reverse, da ist es schon. Und heraus kommt das Array in umgedrehter Reihenfolge. Mit shift wird das erste Element aus dem Array hinausgeschoben und mit unshift wird es wieder zurück hineingeschoben. Gucken wir uns also nochmal r an. Das ist immer noch umgedreht. Und jetzt kann ich mit shift Moment, ich speichere mir das mal irgendwo. Am besten in einer Variablen, die ich mal temp nenne. Und in dieser Variablen steht jetzt f und dieses f fehlt jetzt im Array. Und jetzt kann ich das Array nochmal umdrehen und das f vorne mit unshift wieder dran fügen. Diese 6, die von der Anschriftmethode hier zurückkommt, ist übrigens die neue Länge des Arrays. Gucken wir uns das Array jetzt mal an. Und jetzt heißt es f, a, b, c, d, e. Ich kann auch mehr als ein Element aus dem Array absondern mit der slice-Methode. Der slice-Methode übergebe ich einen oder mehrere Indizes. Das heißt, wenn ich einen übergebe, zum Beispiel 3, dann passiert das. Vom 0, 1, 2, dritten Index bis zum Schluss bekomme ich ein tile-Array. Wenn ich mir Arr nochmal ansehe, sehe ich, dass das unbeeinflusst davon ist. Das heißt, ich lösche die Elemente nicht daraus, sondern ich kopiere quasi die Elemente. Ich kann aber auch noch einen weiteren Index übergeben. Wenn ich zum Beispiel die Methode jetzt wie hier mit den Indizes 1 und 3 aufrufe, bekomme ich ein Array von 0, 1 bis zu 2 und vor 3 ist Schluss. Das heißt, dieser zweite Index ist nicht einschließlich gemeint. Mit der Funktion concat kann ich zwei tile-Arrays auch wieder zusammenfügen. Das heißt, ich kann dieses Array, dieses tile-Array hier nehmen und es verbinden mit dem tile-Array von da oben, wo wir bei 3 gestartet sind und bekomme dieses Ursprungs-Array von mit a, b, c, d, e wieder zurück. Wie gehabt, bleibt das eigentliche Array, von dem das Ganze ausgeht, unbeeinflusst davon. Diese Methoden geben die Arrays einfach zurück, ohne das Quell-Array quasi zu verändern. Außerdem gibt es noch die Methode sort, mit der ich ein Array sortieren kann. Jetzt ist das f wieder an der Stelle hinten, weil das jetzt alphabetisch sortiert ist. Und mit der Methode splice kann ich Elemente löschen oder austauschen. Ich kann zum Beispiel sagen, am zweiten Index soll ein Element gelöscht werden, dann bekomme ich das zurück und wenn ich mir Array jetzt angucke, ist c jetzt draußen. Ich kann es aber auch quasi wieder einfügen, indem ich sage, 0 Elemente sollen gelöscht werden, aber dafür soll stattdessen c an dieser Stelle eingefügt werden. Wenn ich mir das Array jetzt angucke, ist c wieder in der Liste drin. Ich kann hier auch sogar weitere Parameter übergeben. Also ich kann, ich nehme jetzt einfach mal Zahlen, ich hätte auch Buchstaben nehmen können, wie auch immer. Auf jeden Fall möchte ich euch nur damit zeigen, dass die Parameter, die ich hier übergeben kann, unbegrenzt sind. Die Zahlen, die ich jetzt hier übergeben habe, sind nun alle in dem Array ab dem Index 2. Das sind die wichtigsten Array-Methoden, die ihr kennen solltet. Im nächsten Video werdet ihr ein neues Objekt kennenlernen, ein statisches Objekt diesmal, und zwar das Math-Objekt. Was das ist und was ihr damit machen könnt, das seht ihr im nächsten Video. Um das zu sehen, klickt nun hier in das große Feld in die Mitte. Oder, falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran.